So, wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Ich treffe mich gleich mit der Christina und zwar beim Europaplatz in Karlsruhe und wir wollen heute so Testbilder in der S-Bahn machen. Ich habe das noch nie gemacht und ich freue mich mega, dass sie mitmacht. Und jetzt hört sich los und ich bin gespannt, wie es wird. So, hier sind wir beim Europaplatz. Hier haben wir die Christina, unser wunderschönes Model für heute. Die U-Bahn in Karlsruhe ist ganz cool. Da gibt es lauter so verrückte Sachen, wie zum Beispiel dieses dreifarbige Licht. Das sieht so schön aus. Genau, das nehmen wir auf jeden Fall für die Fotos mit. Bis zum nächsten Mal.